Hallo alle zusammen und willkommen zurück. Hier ist Pohl vom BeSecure-Team. Bei BeSecure setzen wir uns für eine sichere und positive Internetnutzung bei Kindern und Jugendlichen ein. Dies ist das zweite von sechs interaktiven Videos, die sich um unsere speziellen Smart-Regeln drehen. Hier sind sechs einfache Tipps, die euch helfen, sicher im Internet unterwegs zu sein. Vielleicht habt ihr sogar schon einmal davon gehört. Natürlich erfahrt ihr hier nicht alles, was ihr wissen müsst, aber wir glauben, dass es ein guter Anfang ist. In diesen Videos werden wir euch viele Fragen stellen und etwas Zeit lassen, um euch über eure Ideen auszutauschen. Es wäre wirklich toll, wenn Erwachsene und Kinder diese Videos zusammen durcharbeiten könnten. Und achtet auch auf unsere zwei Challenges am Ende. In diesem Video werde ich euch die M-Regel erklären. Dann fangen wir mal an. Als erstes müssen wir herausfinden, wofür das M eigentlich steht. Ihr habt zehn Sekunden Zeit, um darüber nachzudenken. Hm, was ist euch eingefallen? Könnte das M für Maus stehen? Vielleicht ist es das M für Musik. Was ist mit M für Mais? Tja, tatsächlich steht das M für Misstrauen. Es sieht so aus, als hätte Sammy eine Frage an uns. Sammy möchte, dass wir überlegen, mit wem wir im Internet reden. Das könnte bei einem Videoanruf, über Nachrichten, im Spiel oder im Gruppenchat sein. Überall da, wo man online mit anderen reden kann. Lasst uns 20 Sekunden überlegen, mit wem wir alles online reden können. Ab jetzt! Noch fünf Sekunden. Okay, stopp! Wie viele habt ihr gefunden? Mir sind ein paar eingefallen. Meine Mama, mein Papa und mein Bruder. Ich wohne gerade nicht mit ihnen zusammen, deswegen plaudere ich gerne online mit ihnen, um zu hören, wie es ihnen geht. Einige meiner Freunde wohnen echt weit weg, deswegen schreibe ich ihnen auch oft. Und gestern hat mein Handy nicht richtig funktioniert. Deswegen habe ich im Internet mit einem Techniker gechattet, der mir geholfen hat, es zu reparieren. Euch sind sicher noch mehr Leute eingefallen und es macht nichts, wenn ihr mehr Zeit braucht, denn gleich könnt ihr das Video kurz stoppen, wenn ihr wollt. Bitte denkt an alle Leute, mit denen ihr online redet und teilt sie in zwei Gruppen ein. Die erste Gruppe sind diejenigen, die ihr offline und online kennt, also Leute, die ihr persönlich kennt. Die zweite Gruppe sind Leute, die ihr nur online oder übers Internet kennt. Ihr könnt die Gruppen aufschreiben oder auch nur darüber reden. Nehmt euch so viel Zeit, wie ihr braucht und haltet das Video jetzt an. Gut gemacht! Hoffentlich habt ihr zwei deutlich getrennte Gruppen. Leute, die ihr offline kennt, aber mit denen ihr auch im Internet kommuniziert und Leute, die ihr nur online kennt. Bei BeSecure finden wir, dass das Internet super coole Dinge ermöglicht. Und wir wissen, dass viele Leute es nutzen, um mit Familie und Freunden zu kommunizieren. Ob man nun zusammen Spiele spielt, Videos teilt oder mit der Familie chattet, weil man sich gerade nicht sehen kann. Es ist wichtig, sich über die tollen Mittel und Wege zu freuen, über die das Internet uns alle zusammenbringen kann. Bevor wir uns wieder der M-Regel widmen, möchte ich euch noch bitten, euch zu der Person zu drehen, neben der ihr sitzt, und ihr zu sagen, was euch am besten gefällt, wenn ihr euch online mit Freunden und Familie unterhaltet. Ihr habt zehn Sekunden. Los geht's! Okay, wir sind uns sicher alle einig, dass es toll ist, mit Freunden, Familie und anderen Leuten, die wir schon kennen, online zu reden. Aber was ist mit der anderen Gruppe? Leute, die wir nur übers Internet kennen? In diesem Fall müssen wir vorsichtiger sein. Wie nennen wir jemanden, den wir nur online kennen? Ah, hier ist Sammy mit einem Hinweis für uns. Danke, Sammy. Denkt einen Moment darüber nach. Habt ihr's? Jemand, den wir nur online kennen, ist genau genommen ein Unbekannter. Gut gemacht, wenn ihr das richtig hattet. Nun wissen wir, dass es viele Gründe gibt, warum man online mit Unbekannten redet. Ihr könntet jemanden schreiben, der für eine Firma arbeitet, um eine Frage zu stellen, oder um Hilfe bei einer Aufgabe zu bitten. Ihr könntet online mit jemandem ein Videospiel spielen und über das Spiel reden. Auch wenn Unbekannte im Internet nett und freundlich wirken können, müssen wir immer gut überlegen, was wir mit ihnen teilen. Denkt über folgende Offline-Situationen nach. Ihr geht eine Straße entlang und ein Unbekannter kommt auf euch zu. Dieser Unbekannte fragt nach eurem Namen, eurer Adresse und wo ihr zur Schule geht. Würdet ihr das verraten? Natürlich nicht! Und online ist es genau dasselbe, wenn wir technische Geräte benutzen. Persönliche Informationen, die verwendet werden könnten, um herauszufinden, wer ihr seid oder woher ihr kommt, müssen sicher aufbewahrt und dürfen nicht verraten werden. Das alles wisst ihr schon, wenn ihr unser letztes Video zur S-Regel mit Sascha gesehen habt. Wenn nicht, könnt ihr es euch ansehen, sobald dieses Video zu Ende ist. Das bringt uns zur M-Regel. Wie gesagt, M steht für Misstrauen. Nehmen wir noch ein Beispiel. Hier sind ein paar Nachrichten, die in einem Online-Spiel geschickt wurden. Ich kann gar nicht glauben, dass wir dieses Spiel schon so lange spielen. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt das Video anhalten und über eure Reaktion auf diese Nachrichten nachdenken und diese auch besprechen. Habt ihr schon mal solche Nachrichten bekommen? Wie fühlt ihr euch bei diesem Beispiel? Gut gemacht, alle zusammen. Ich habe gründlich über diese Nachrichten nachgedacht und ich glaube, es gibt eine einfache Antwort auf die Frage, willst du dich mit mir treffen? Wisst ihr, wie sie lautet? Ich zähle bis drei und dann sagen wir sie zusammen. Eins, zwei, drei, nein. Auch wenn jemand, mit dem ihr euch im Internet unterhaltet, nett wirkt, darf man einem Treffen niemals zustimmen. Online kann man sich auch als eine andere Person ausgeben. Sich mit einem Unbekannten zu treffen, ist nicht sicher. Deswegen steht M für Misstrauen. Trefft euch nicht mit jemanden, den ihr nur online kennt. Auch wenn die Person nett zu euch ist. Auch wenn ihr schon lange miteinander chattet oder zusammen spielt. Es ist immer noch ein Unbekannter. Es ist ja schön und gut, darüber zu reden, was man nicht tun soll. Aber Sammy fragt zu Recht, Was kann man tun? Überlegt 20 Sekunden. Was könnt ihr tun, wenn sich jemand mit euch treffen will? Noch fünf Sekunden. Gut gemacht. Hoffentlich habt ihr ein paar Ideen. Wenn nicht, macht das auch nichts. Sammy hat einen helfenden Flügel parat. Ihr könnt vieles tun, wenn sich jemand, den ihr nur online kennt, mit euch treffen will. Wie gesagt, ihr könnt Nein sagen. Manchmal hat man Angst, dass das unhöflich ist. Aber ihr könnt es höflich ausdrücken. Versucht zu sagen, nein danke, ich darf nur online mit dir reden. Ein guter Freund sollte diese Antwort problemlos akzeptieren. Falls nicht und er oder sie verärgert ist oder unfreundlich wird und kein Nein akzeptiert, dann klickt auf Melden oder Blockieren. Ihr könnt das Gespräch auch beenden. Vielleicht, indem ihr das Spiel verlasst oder den Chat schließt. Aber am allerwichtigsten ist es, dass ihr einem Erwachsenen, den ihr kennt und dem ihr vertraut, erzählt, was passiert ist. Das kann Mama, Papa oder die Person, die immer zu Hause auf euch aufpasst oder ein Lehrer in der Schule sein. Irgendein Erwachsener, den ihr kennt und der euch in dieser Situation helfen kann. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt das Video anhalten und darüber reden, was ihr in so einer Situation tun würdet. Welchem Erwachsenen würdet ihr es erzählen? Und wie könnt ihr den Erwachsenen zeigen, dass ihr etwas Wichtiges zu sagen habt? Hallo, Erwachsene, wenn ihr auch zuseht, was würdet ihr euch von eurem Kind wünschen? Tolle Arbeit, alle zusammen! Das war's dann. Das ist die M-Regel. M steht für Misstrauen. Trefft euch nicht mit jemanden, den ihr nur online kennt. Redet lieber mit einem Erwachsenen, den ihr kennt und dem ihr vertraut darüber. Und nutzt den Melde- oder Blockbutton, wenn es nötig ist. Aber wie geht es jetzt weiter, da ihr die M-Regel kennt? Nun, wir hätten da zwei Challenges, die ihr vielleicht ausprobieren wollt. Nummer 1. Freuen wir uns, wie toll es ist, übers Internet mit anderen in Kontakt zu bleiben. Wir möchten, dass ihr per Videoanruf mit einem Offline-Freund redet, also mit jemandem aus der Schule oder der Familie. Es wäre toll, wenn ihr ihm oder ihr dann von der M-Regel erzählt. Sprecht das aber erst mit der Person ab, die zu Hause das Sagen hat. Nummer 2. Wir gucken gerne witzige Tanzvideos im Internet. Unsere zweite Challenge lautet also, entwerft eine Choreografie, die euch an M für Misstrauen erinnert. Sucht euch die Challenge aus, die euch gefällt, oder versucht es mit allen zwei. Für die Erwachsenen gibt es auf unserer Webseite, besecure.lu, noch viel mehr Informationen über Sicherheit im Internet. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.